Herzlichen Glückwunsch, Alibü 1. 50 Jahre und noch keine Falten. Ich meine natürlich nicht mich, sondern dich. Ja, das Kind im Mittelpunkt hält eben jung. In den 70ern, als du deine erste damals noch integrative Kita eröffnet hast, wurde ich mal gerade eingeschult. In den 80ern und 90ern, ja, das war für mich eine ziemlich turbulente Zeit. Eine Zeit des Umdenkens, des Sich-Öffnens, des Politischwerdens. Demonstrationen, Hausbesetzungen, Wohnkollektive, neue deutsche Welle, Punk und Wave. Mein Ausdruck einer vielfältigen Gesellschaft. Du hast zu dieser Zeit schon grundlegende Impulse gegeben, dass jede und jeder in der Gesellschaft mitgenommen wird. Ende der 90er entschied ich mich, Erzieherin zu werden. Seitdem habe ich die Möglichkeit, meine eigenen Steckenpferde wie wertschätzendes, achtsames Miteinander gesellschaftliche und persönliche Entwicklung, Bildung und Gesundheit, Inklusion und Partizipation mit dir weiterzuentwickeln und zu leben. Vielen Dank dafür und in diesem Sinne alles Gute weiterhin.